das machen du hast markov mit v geschrieben ganz froh sein dass du nicht gebannt bist so war das sind die grundreichheit eigentlich schon sehr süßig er ist der krallenbaum der krallenbaum der krallenbaum der hat es mir angetan oder jetzt mal ehrlich minus ein leben maxim der tausend saß ist doch auf stufe 5 schon durch noch was anderes mit hollamark progress macht ich glaube den meisten progress macht man indem man über die schlösser geht und durch liest was man dafür machen muss und das sind aber sehr komische dinge oft also ich sage jetzt nicht im kopf das könnte mir gerne sagen wie man vor was war das vorwärte 5 level 10 schafft also muss quasi jede runde zwei level machen ich weiß nicht mehr wird tatsächlich progress machen weil ich weiß nicht ob der progress übernommen wird also für mich wahrscheinlich nicht weil ich habe auch anderen ich glaube er hat ja mehr aber vor uns hast du dir den kühlen den anderen beigeschaltet ja aber die frage ist ist dann auch einmal im main game weil das hier ist ja die beta version aber auch niemand mal das muss ja irgendwo herkommen naja wir haben ja nicht bei null angefangen ja das ist mein spielstand plus beta version ja das frage ob es aus beta version dann halt auch spieler übernimmt in die normale version wieder bestimmt sagt einfach mal so höchste stürmer ist der shuriken ein projekt hier also kann man kann ich plus also kann ich den plus eins durchschlag machen und kommen dann zwei shurikens raus wenn ich könnte weil ich dann noch was anderes treffe also könnte man shuriken auf durchdringung spielen und kommen dann zwei oder einer weil ich treffe ja dann mit einem zwei die suche wird ist doch dann bitte den letzten normalen sätze sind wirklich es kommt zwei also lohnt sich die rakete potenziell er geht durch und prallt dann ab kann zweimal kritten das ist ja übelst gut dann oder nicht geht aber nicht machen dass das geht nicht leute das ist ein satz der geht es in meinem gehirn nicht abspeicher war welche eine option auf etwas habe dann gehe ich auch voll rein bei durchdringung also steht zwar der durchschlagsschaden ist geringer aber der ist nur minus 20 prozent das ist aber trotzdem so viel wert weiß ich jetzt nicht da gehen wir jetzt für den wahnsinn leute nur drei prozent kritisch da wir machen das mal nicht wir gehen aber frühe silberkugel war silberkugel strong geht erst durch und prallt erst dann ab allen abfallern weniger der mensch ist doch egal ja aber dann triffst du ja nicht wenn du es geht also meine hoffnung ist ja dass ich jetzt ein shuriken fliegt und der erschafft dann zwei weil er zwei mal kröte oder beim ersten ziel kröte und dann beim zweiten ziel ja aber er geht das erste einfach durch mit dem durchschlag der die idee ist ja dass der dass der das durchschlag und krit vervielfältigung beides zählt ich glaube nicht dass es wird komisch das ist so ein billig item ist der prall nehmen wir erstmal die silberkugel so leute wollte ein kupon ich werde nachher so ein schöner runder shuriken kreis sein ich bin so ein zahnrad dann das ist schon cool baum verpakt te das ist Aber ein Baum hat sehr viel gekostet. Ah, guck mal, ich werde belohnt fürs Sterben. Beherrschung. Das darf eigentlich nicht wirklich sein. Das war perfekt, Leute. Das war übelklug. So, later waste. Wie viel Leben habe ich denn? 16. Oh mein Gott, das erklärt ja so viel. Boah, also das erklärt halt übel viel. Wie viel Leben? 16, nicht im Weniger. Das ist nicht gut. Ah, ne, ich hab 19, aber im 9. Oh, dabei habe ich so viel Scheiß auf Leben und gibt mir was anderes gerollt. Das ist halt, wenn man nie ein Leben einfach nimmt, dann hat man kein Leben. Ja, no life. No life. How you can kill the one who has no life. Ja, Leute, ich spüre, also bei der Gegnermasse da, spüre ich den Durchschlag. Spüre, dass ich ihn brauche. Dass ich ihn brauche und will. Will und brauche auch viel und krieg's nicht. Das ist ja, das ist eine Einstellung. Aua. Ah. Andere Tempo. Boah, Crit oder Leben, Leute? Boah, das ist schwer. Wir nehmen den Crit. Beherrschung. Kann ich mir beides leisten? Kann ich mir alles leisten? Ja, I'm rich. Muskelprotz, das ist es. Boah, das ist geil. Okay, also wir sind jetzt gleich ein schönes Zahnrad. Also noch zwei Runden, dann bin ich gut. Und dann noch ganz viele weitere Runden. Ja, klar, klar. Also nochmal zur Erinnerung, Leute. Vorhin spawnten die Typen und die waren instant tot. So quasi sofort death. Das haben wir jetzt nicht. Mann, ich will wieder meinen Feuerschlag ringen. Ich will meinen König. Hier, nimm mal das Essen da. Da sind aber so viele Leute drumherum. So ist das in der Mensa. Kennst du das, wenn du dir denkst, das Essen lohnt sich nicht. Bis ich dort war, habe ich so viel AP verloren. Ich dachte, du willst jetzt eine Relay-Life-Geschichte erzählen. Nee. Dann sagst du, kennst du das, wenn du in die Mensa gehst, da stehen viele Leute an und dann gehe ich gar nicht erst rein. Das auch. Ich dachte in die Richtung. Moment, aber immer so schön billig, ne? Wir sind so tot. Du bist so tot. Das ist nicht schlimm. Ich nicht. Ich bin nämlich strong und stark und klug und unfassbar gut aussehend. Das ist alles richtig. Ja. So, wir nehmen... Komm, wir nehmen uns mal einmal leben. Fuck, ich kann mir das nicht lassen. So, aber wir sind jetzt voll bewaffnet, Leute. Zwölf von zwölf. Ab jetzt ist nur noch Spaß. Raufbold ist ja ultra sexy. Was für ein Ding mit Raufbold? Ich reposte mit Raufbold, weil du kriegst ja 300% Nahkampf, ne? Für jeden Ausweichen und du hast ja als Raufbold schon Base-Ausweichen 15%. Ich bin mittlerweile bei fast 50% Ausweichen. Ja, ist geil. Dann reposte die mal. Ich reposte die. Ich mach nur das Gegenteil, Leute. Ich bin ein Zahnrad. Gleiche niemals aus. Nehme mal an, wo ich mich stelle. Ja, das ist eine angenehme Runde. So kann es bleiben. Gut, dass die Shurikens schwinden quasi nicht. Die werden alle nach einem Ziel geworfen. Das Ziel ist tot. Und dann werden die Restlichen davon gebrochen. Hm. Das ist kein das geil. Kannst du mal in den Baum da reingehen? Das würde uns helfen. Weil der 1000 Sasser, er ist halt damageweise so terrible. Das ist wirklich ganz schrecklich. Aber. Und ich will nur mit Stöcken spielen. Die Stöcke. Und dann. Sich. Easy. Team einfach wieder 2 HP. Und nochmal repostet. Und nochmal repostet. Und nochmal repostet. Boah, wir müssen jetzt crit nehmen, Leute. Ich weiß, ich hab den Nack-Up auch gesehen. Aber wir müssen jetzt langsam critten. Also die haben jetzt 72%. Das ist schon gut. Da brauchen wir mehr. Mehr crit. Ich hab gerade auch so sind zwei Sachen gekauft. Na, ich. Hab ich sie jetzt gerade gekauft? Mehr Bäume. Und eine Runde zweimal Bäume geholt. Das ist eigentlich schon ganz geil. So, scharfe Kugel, Leute. Also ich bin kurz davor. Eigentlich müssen wir es machen. 20% Ausweich. Ich brauch unbedingt der HP, Maxim. Ich hab 22. Ich teste das jetzt. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Ich kann sie auch einfach merchen. Ach, man kann Waffen merchen. Erzähl mir mehr. Oh mein Gott, du kannst Gegenstände kaufen. Das macht sich ja viel stärker, das ist ja zu easy. Wer den Tausend, sagst du nicht mit zwölf Sachen in der Hand hat. Das ist halt auch, dass du die Stilfrage. Boah, die Baumpflanzt. Scheiße, ist ja übelgut. Wieso wollen wir gekauft oder was? Das war ja. Ja, der Holz war auch nicht. Ein bisschen mehr Schade, aber trotzdem gut. Also jetzt lassen sie mich mal hier durch. Oh, bitte. Sagen wir mal rechts an den ganzen Scheißer einbütteln. Ja, das Problem ist, ich kann nicht so gut facetanken. Das ist ein Gutgoblin, aber der kam ja so spät, Leute. Injektion nehmen wir. Den Boden hoch. Ein bisschen Movespeed können wir noch gebrauchen. Also, wir haben schon wieder Beherrschung am Start und die Maus. So, wir nehmen jetzt mal das. So, Kürbis habt ihr gesagt. Also wie viel Durchschlag hat der denn jetzt? Was steht jetzt da? Durchschlag, minus 70% Schaden. Aha. Das heißt, der Kürbis ist jetzt ein Thema. Ist jetzt ein Kürbisbild. Okay. Dann probieren wir das mal mit der Rakete. Die Rakete ist halt ein... Also, ich habe sogar dreimal Bäume geholt. Kauf du auch mal Bäume! Nö. Ein teuer! So, jetzt gucken wir mal die Durchsdringung an. Da ist ja viel besser. Welcher Volli hat gesagt, dass es nicht OP ist? Welcher Volli hat gesagt, ich darf nicht in die Unit reinrennen? Ey, du kannst doch mir mein Essen nicht wegnehmen. Auch ich habe gelitten. Geht gut? Boden, Papier. Ich leide jeden Tag mit dir, Maxi. Das für mich. Aber ich finde es auch gut. So. Es sind schon viele. Also, wenn ich jetzt die Rakete nicht geholt hätte, Bruder. Das habe ich schon mal zwei. Also, das hat diese Rakete alleine gecarriert. Kann mir keiner sagen. Kann man da die Stats ablesen? Das wäre übel nice. Ich glaube, wir nehmen nochmal Rüstung. Oder sind wir mit Rüstung eigentlich langsam durch. Ich habe 35 LP und... Komm. Nö, kann man nicht sehen. Okay. Also, Kürbis Gameplay. Westen Gameplay. Hallo? Wie ging der Selbstjustiz noch in der 12? Ja, ne? 2% Schaden pro Bälle. Also, für jemanden, der den Stromgenerator mit 700 Movespeed weggekauft hat, denkst du jetzt sehr, sehr lange über das nach. Okay, also nicht holen. So stehe. So, wir haben jetzt nochmal... Wie viel Minusschaden habe ich denn mittlerweile? Minus 32! Achso, wegen den ganzen Waffen. Das zählt nicht. So. Ja, das ist ja alles enttäuschend. Da, die beherrschen wir mal mit. Wir sind die Stromgenerator. Ja, ich kombiniere mal 2 miteinander. 2 meine ich 3. 3 meine ich 4. 4 meine ich... Damage nur noch minus 7%. Naja, das ist doch schon mal besser. Mhm, mhm, mhm. Oh, was ist das denn? Ja, vom Möbel hin war. Du bist hier der frühe Knabe. Also, diese Schwertgenerierung ist ja mal random. Willst du die Bäume, bitte? Wo die Bäume? Wo du die büttest. Ja, bin dabei. So, ich will jetzt auch ein bisschen nach rechts schlauern. Aber durchdringen, Leute. Das ist halt so easy. Ich hab kurz vergessen, wo ich bin. Aber ich hab so viel ausweichen. Es ist halt einfach scheißegal, wo ich bin. Ich glaub, ich könnte stehen bleiben. So, wenn du noch mal einsammeln, oder? Stehen bleiben gibt's ja nicht. Guck dir an, meine HP geht einfach nie runter. Und ich laufe die ganze Zeit in die Rotze rein. Aha. So. Also, hier können wir nichts gebaut. Wir nehmen mal den prozentualen Schaden, Leute. Dann nehmen wir die Behälschung. So, Selbstjustiz. Gifttonikum. Gifttonikum ist es, ne? Bei wie viel sind wir denn jetzt? 86 Prozent. Das ist schon gut. Boah, ist das fucking teuer. Oh, yes. Okay. Ne, wir brauchen mehr, Leute. Ich sag ja, der Coupon sorgt dafür, dass ich keine... Dass ich nicht gewinne. Es ist euer scheiß Coupon! Das Gift ist echt geil, muss ich sagen. Aber du setzt ja auf normale Regeneration, ne? Ist doch so unfair, dass jetzt die Kiste nicht doppelt geteilt wird. Ja. Das ist einfach fucking eine Legendäre. Also, die brauchen wir ja immer. Die hätte, glaube ich, die Legendäre nie Nachteile, ne? Die haben einfach nur gute Sachen. Äh, ne, ich hatte Minus auch. Äh, was war da Minus? Wollte nicht mehr. Kann ich gleich gucken, wenn ich das Item nochmal angucke. Das ist doch plus Max-WP, minus irgendwas anderes. Ja, ich glaube, nur Blut. Der Scharn-Aus. Eieieieiei. Okay, manche habe ich das Gefühl, dass ich hätte getroffen werden sollen. Oh! Der ist in mir gespawnt. Das war fies. Aber ich meine, ich habe den Boss ja auch alleine gemacht, also. Du lebst in der Fantasiewelt. Eieieiei. Ich habe Deutsch. Ja, das erklärt. Ich habe Deutsch, Leute. Geil. Aber nicht genug. Offensichtlich. So. Holla, Carrie. Die Malphä. Das nehmen wir mal mit. Das ist alles scheiße. Jetzt Stein. Weißt du, was ist denn mit Lifestyle, Leute? Wie doll fühlt man Lifestyle? Da guckt der Panda, hat minus fünf Prozent Schaden. Naja, ist ja nichts. Ja, aber es ist trotzdem ein Ding. Aber Maxim, was sagst du zu meinem Progress? So. Und gestern auch heute. Ich merke, du brauchst viel Bestätigung, Holla. Ja, 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 absolut. Ich möchte, dass du mir sagst, dass ich krass bin. Den Progress, den merke ich. So, was haben die nochmal gemacht? Die haben geschossen. Wenn ich gestern nur gehatet wurde. Hate muss ausgeglichen werden. Richtig. Oder man sagt einfach... I don't give a damn. Ja, das sowieso. I don't give a damn. Fuck. Leute, da kommen diese Stacheln. Komm da. Seht ihr diese Stacheln? Machen die was? Die sehen so krass aus. Ja, Maxim, weh, du stirbst. Jetzt sind so viele Gegner. Ich dachte, du rennst da jetzt in die Masse rein und carriest das. Hast du das nicht gesagt? Also ich carriest. Ja, aber das kann ich nicht komplett. Irgendwo ist Schluss. Ich habe das Gefühl, da war mehr drin. Aber wo du denn mehr Gegner hast, okay, ne? Ja. Das war ja jetzt hier auch jetzt schon kein Problem. Der schurte Gürtel ist too late, Leute. Das geht nicht. Beherrschung. Oh, noch ein Panda. Nagel? Was ist das denn? Oh, was scheiße ist das? Ja, G-Band ist gut. Wobei es 4% Crit, ne? Aber wir sind schon... Wir sind noch nicht bei 100. Ich habe Jesus vertraut. Und das war ein Fehler. Ne, also das geht nicht. Das ist finanzieller Ruin, Leute. I can do it. Ja, also das läuft mit den Shurikens bisher ganz schlecht. Die sehen cool aus. Aber sind sie für Level 5 gemacht? Glaub nicht. Äh, doch, die gehen gut. Du kannst sie nur nicht spielen. Oh, das ist ein 9-9-G-Spiel. Was ist das für eine Aussage? Du hast Durchschlag genommen, Maxim. Ja, weil es man testen muss. Die sind auf Durchschlag nicht gut. Oh mein, die sind voll gut. Hast du nicht gerade dich beschwert, dass die scheiße sind? Ne, die... Das Problem ist, die Scalung... Der Vorteil von denen ist, dass die halt sehr viel Crit von Anfang an haben. Aber die haben halt nur eine 25% Nahkampfverwertung. Das... Das tut weh. Weil dann ist quasi Nahkampf kaufen wirklich... Eigentlich das größte Problem. Das ist halt nur so ein Viertel viel wert. Ich glaube, man muss dann einfach auf diesen Prozentpunkt gehen. Einfach sagen, wir nehmen Prezeps und den ganzen Scheiß. Und nicht Nahkampf. Also so wirkt das. Oh, guck mal. Blutige Hand. Das ist Hanno. Den Hanno-Nehmer. Ne, mach nicht. Der bringt dich um. Gewährt keinen Unterhundbarkeit. Aber das ist doch übel gut. Ja, aber der bringt dich um. Das ist wie Blutspende. Nehmer! Oh mein Gott. Nehmen wir. Die da. Guck mal. Wir machen jetzt hier Full-Lifestyle-Bild. Blutspende. Können wir auch nochmal anmachen. Ah, das ist kacke, ne? Also Kugel und Kette wirkt gut. Also dann würde ich Attack-Speed verlieren, ne? Ah. Ich glaube, das ist sogar fast drinnen, oder? Oh, ein bisschen Bock hätte ich drauf. Der Rückstuhl ist halt mein Arsch, ne? Ja, wie schnell sind denn deine Sturiken? Na, 06, leider. Ja, wenn, dann 075. Ja. Aber 06, 075, merkt man auch gar keine Sau. Boah, doch schon, glaube ich. Und Geld kauft. So. Geh los. Also. Ich verlier Leben. Ich krieg wieder Leben. Ich verlier Leben. Ich krieg wieder Leben. Ja, das ist wieder ihnen voll klar. Ja, aber du bist doch so schon manchmal fast tot. Nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Ist ja Quatsch, oder? Ich bin noch nie geschoben. Nö, 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 nö. Dodge. Das ist schlau. Ja, das ist schon, das ist deutlich angenehm. Also im Vergleich zur Blutspende ist das ja 70 mal besser. Also dramatisch besser. Nun, wir haben jetzt halt auch sehr viel Amor. Ich glaube, wir haben jetzt 15 Amor oder so. Ja, natürlich. Schon sehr brauchbar. Kopfverletzungen, nehm. Lebensabzug. Müssen wir jetzt wahrscheinlich mehr drauf fokussieren. Ja, wir haben 16 Rüstungen, Leute. Das ist schon gut. Und 20 Lifestyle. Das ist doch super. So, und jetzt... Wie posten. Jetzt kommen wir langsam die Shurikens rein. Traurige Tomate. Sich jetzt Hand... Mach das nicht! Du stirbst! Traurige Tomate. Das riecht gut. Bist du drauf gehen, ey? Das nehm mal. Leute, traurige Tomate. Da können wir mal... Da können wir mal sehen, wie viel Lifestil wir haben. Spürst du's? Ich bin das auch mal spüren. Na, jetzt spür uns auch. Spürst du's? Spürst du's? Spürst du's? Spürst du's? Oh, der mich berührt, deswegen hab ich hier verloren. Aber ich hab's sofort wieder gegenseit. Ja, also, das läuft jetzt. Oh, ja. Das lübt. Ich hab ziemlich wenig damage, tatsächlich. Ja. Das Problem hat sich nicht mehr. Das Problem hat sich aufgelöst. Wahrscheinlich, wenn wir nicht zu nah aneinander gehen. Dann sucht das so rein. Ja. Dann denk ich. Das wird nicht gut. Wir nehmen mal Lifestil. Mal, blutige Hand verhindert das wohl, oder was? Nee. Ja, das ist doch gut. Oder? Wir dürfen nur nicht das hier. Das hatte ich mal. Seltsamer Geist. Plus, blutige Hand ist tot. So, willst du besonders viel XP haben eigentlich? Nächste Runde. Nee. Boah, ich hab jetzt schon Bock. Wir sind bei 18. Schon Bock. Mhm, mhm. Du hättest schon Bock. Zu verlieren. Prozent Crit. Ja, das ist immer so krass, dass es jetzt schon noch vorbei ist, das Ding, ne? So, ja, du verklopft den mal. Boah, weiß ich nicht. So, das ist jetzt zweite Phase, zweite Phase ist leichter, ne? Ist er tot, ja? Ja, hab ich easy gemacht. Sehr gut. Zweite Phase ist leichter. So, mach mal die ganzen Bums hier eindringen. Nein. Ich mach halt gut Damage gegen Elite-Gegner, weil ich diese Kugel gekauft hab. Das ist Silberscheiße, ne? Das ist geil. Ja. Ja, ich glaube, maximales Leben, Leute. Das würde jetzt greifen. Ich mag, dass wir ein Lead-Goblin übersehen. Hallo? Ach, weniger Crit. Ne, das ist kacke. Weniger Crit ist mehr Shit. Ich muss gerne wissen, wie Crit ich hab. Neun. Mutegel. Oh, Quatsch. Rekete. So, da, das ist, also Baby mit Bart ist leider, ne, Baby mit Bart ist kompletter Shit. Gibt es den Baby mit Bart auch für Melee? Das hat er doch auch oben einen Namen gehabt, oder? Leute. Weil das ist ja nur, das geht ja nur mit Fernkampf. Okay, Fernkampf, Schmerkampf. Oh, das sind viele Gegner. Die traurige Tomate, Leute. Ja, also die Elite-Typen kloppen wir mit einer... Äh, äh, wieso Bildschirm so, ne? Oh mein Gott, ich dachte ja gerade. Du bist tot. Ja, also der Live-Stil-Wert ist absolut solide, Leute. Wir brauchen bloß ein Gesamt-Tapel, dass wir nicht umgebürstet werden. Aber wir haben jetzt fast 20 Rüstungen. Ja, das ist sexy. Ja, ich kann ja schon in die Masse einfach rein, merke ich. Das ist kein... Bist du es nicht mehr kannst. Wie viel Ausweichen haben wir denn? 17, naja, 17 oder 15. Ja, das sieht doch gut aus. So, also in der letzten Runde Silberkugel, Leute, würde ich sagen, finde ich gut. Jetzt kriege ich einen Raketenwerfer, what the fuck? Schadeleid ist alles, wenn ich so... Das ist ja toll, dass ich jetzt hier die geilen Sachen bekomme. Muskelprotz und Helm. Danke für nichts, Spiel. Da, Fink! Okay, ich glaube, das war nochmal ganz gut. Wir haben 200% Crit. Nur 3, oder? So. Und jetzt 20. Ich heim mich erst mal hoch. Bring den bitte nicht zu mir, den Boss. Den 2 und meine Horn ab. Uh, das war... Dodge. Wie geht's? Hab meinen? Jo. Der hier bewegt sich. Ich kenne 18 Damage. Das ist ja ultra wenig. Wieso hat seine Kugel noch 18 Schaden gemacht auf Stufe 5? So, eine schnelle Runde schaffen wir noch. Okay. Aber 8, also das war komisch. Normalerweise ist das doch viel mehr reingedown, oder? Ja.